In wenigen Monaten haben wir Landtagswahl. Derzeit sind 19.000 Menschen in Bayern pauschal von der Wahl ausgeschlossen, nur weil sie eine körperliche oder psychische Erkrankung haben. Wir glauben, dass im Jahre 9 nach der UN-Behindertenrechtskonvention jeder Mensch die Wahl haben sollte, ob er zur Wahl geht oder nicht. Jeder Mensch soll die Wahl haben, seine Stimme abgeben zu können. Und das wollen wir den Menschen zutrauen. Wir Grünen wollen das Recht dahingehend ändern, dass jeder das Recht hat, wählen gehen zu dürfen. Auch schon bei der Bayerischen Landtagswahl.